Guten Morgen! Guten Morgen! Das ist unser zweiter Tag in Taipei, aber der erste richtige eigentlich. Ja, gestern sind wir ja nur spät noch ins Hostel. Einmal kurz auf dem Nachtmark, noch was gegessen und dann auch schon ein Fan. Für uns, wir suchen jetzt erstmal was zu frühstücken und dann geht's für uns meine Stadt. Und wir nehmen euch einfach mal mit. Oh mein Gott! Alicia wurde gerade angekackt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alicia hat sich eine Waffe geholt. Ich weiß nicht, was da drin ist. Cinnamon. Apfel, Zimt. Ich hatte gerade schon eins. Die sind ganz cool. Das sind so Teigtaschen, die sind gefüllt mit Kohl. Aber schmecken richtig lecker. So, die Bus haben wir gut überstanden. Auch wenn es schwer ist, dann was zu verstehen, weil die dann halt... Ja, man weiß nicht, welchen Bus man nehmen soll, weil überall die chinesische Zeichen sind, auf wann man aussteigen soll. So ein bisschen... Ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade bei dem Taipei 101. Das ist Taiwans höchstes Gebäude. Im Hintergrund sieht man es schon. Ja, wir wollen uns mal informieren, was es kostet, da hochzufahren mit dem Lift. Ich glaube, die haben den schnellsten Fahrstuhl der Welt irgendwie sowas. Ja, informieren wir uns mal und dann... Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Wir haben uns jetzt gerade Tickets gekauft. für den Lift nach oben. Das ist angeblich, glaube ich, der schnellste der Welt. Und ja, weil das hat uns jetzt pro Person, glaube ich, 600 Dollar gekostet. Das sind 18 Euro. Das ist schon relativ teuer, aber weil es das Highlight von Taipei ist, haben wir gesagt, mal was trotzdem machen. So, nachdem meine Ohren fast geplatt sind. Wir waren in 37 Sekunden im sechstenachtigsten Stopp. Schon schnell. Die Aussicht ist krass. Ja, es ist gerade überbelichtet. Wir zeigen es euch nochmal, unüberbelichtet. Ja, es ist gerade überbelichtet. Wir haben uns gerade so eine Münze gekauft, um uns ein Souvenir mitzunehmen. Ganz schön teuer. 100 Dollar. Aber in Australien haben wir auch schon welche davon gesammelt. Und den Amsterdam, glaube ich, auch. Heißt? Tatatada! Tada! Wie ihr eben gesehen habt, das so Crispy Wraps. Sieht mega gut aus. Du hast halt eine mit Chicken, oder? Chicken and Onion. Ja, genau. Und ich habe mit, ähm, was ist das alles gewesen? Vegetable und Corn, glaube ich. Naja, ich habe Hunger. Und? Mmh. Gut? Das ist richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Schmeckt gut. Schmeckt gut aus. Schmeckt gut aus. Richtig? Boah, mega gut. Aber süß. Aber gut. Tschö. 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 So, wir haben jetzt was für Essen gefunden. Das ist ja Süßkartoffelbällchen, gefüllt mit Pflaumensauce und Käse drüber. Und ich habe irgendwie ein Würstchen in einer Reistasche. Wir hoffen, dass es Reis ist. Das hat die Frau gesagt. Los, probier mal. Ich kann nicht. Ach so, sorry. So, wir haben uns jetzt noch Tee geholt. We're food and apple tea. Wir sind ein paar lecker hier. Ja, wir gehen jetzt zurück zum Hotel. Das war es dann für uns. Für dieses Video. Morgen geht es für uns weiter nach Hua Lin. Und dort gehen wir dann in den National Park. Das seht ihr auf jeden Fall dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.